Musik 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 Ja, alles klar Ein Tag Ein Tag Ein Tag Ich bin morgen Englisch-Torsor, damit ich durchfühlen Für dieses Jahrzehnt bin ich durchfühlen Deutsch habt ihr aber schon Geschrieben, ne? Hoffe ich für dich Ja, heute Ja, deswegen ist ein Wortschatz ja heute nicht mehr da Wir haben direkt Deutsch verlehrt Ja Ja, Jan, das war eine sehr gute Deutschklausur Ja, weiß ich, Alter Nein, ich glaub noch kommt eher so der hier Äh, 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 äh Äh, äh Oh Ich hab ihn angestrengt Äh Allgemeine Verwirrung, hä Let's go Boys Jetzt sind wir eben für den Montagne gebannt Wollen wir eigentlich Philipp momen, oder warum haben wir jetzt Montagne gebannt? Ne, auf der Map Auf der Map schwimmt man den nicht, hab ich mir sagen lassen Ah ja Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab letztens Major gesehen, da spielt man den nicht mehr Du 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 musst auch nicht gleich alles, was ich sage, schlecht machen Doch Oh, oh Vorsicht Dann will ich jetzt wenigstens 15 Tracks diese Runde sehen, ansonsten 15? 15 Okay Minus 10 reicht mir schon Jetzt geht der raus und macht anfahren, ja, danke Ja, dass der an hat, wissen wir ja alle Der macht jetzt an Das ist egal in welchem Game Ist das eigentlich dein Bruder im Gegner-Team, Daniel? Ist das eigentlich dein Bruder im Gegner-Team, Daniel? Mach mal Sein kleiner Ist das dein Bruder im Gegner-Team, dein kleiner Bruder Du meinst Spurdo, oder, Philipp? Ja, ich mein Spurdo So ein Ero, oder? Oh, das solltet eigentlich nicht sehen Gar nicht Schon traurig, dass du dich auf deinen Aus kennst Das ist aus Minecraft Ähm Mirror Äh, bei Kuro wahrscheinlich In Minecraft hab ich, glaub ich, mehr Trigger- oder mehr Cheat-Clients, als ich Unterhose in real life hab Ja gut, wenn man nur eine Unterhose hat, ne? Richtig, ne, zwei Ah, die eine ist nur für Feiertage, oder? Wie bist du denn? C-L-Aimes, das ist auch gut Aber da muss noch ein Punkt vor, sonst wird die nachgeschickt Ah, verdammt Mann, Philippe, du bist echt ein Amateur, was das angeht Ja, ich bin so Hacker Hacker-Sau Habe ich, habe ich, habe ich Ich hab Angst herunterzulaufen Alter, mein Aiming Huch Zu wild Vorsicht, das Mirror Window ist nach hierhin gerichtet Oh Gottes Wie ist das mit dem Mirror Window? Wollen wir das auch mal nehmen? Ja, aber wie? Oh Loll! Ich hab die Mirror Gar kein Problem Der hat eskelated quickly Ich hab nen guten Cross-Engel Auf nen anderen Cross-Engel Ähm Okay, ist offen, scheinbar Ja, das C4, wollte C4 rauswerfen Wer denn dürfte hier haben? Ist du weiter gerade hinter? Wo ist diese scheiß Valkyrie-Cam? Irgendeiner spielt gleich IQ Ja, ich wollte eben schon IQ spielen, aber Es war zu spät Bist du drin, Jan? Ne, ne, ich bin nicht drin Ich bin drin auf dem Okay, ist hier frei, Fabian? Ähm, links von dir ist frei, ja Kann er mich? Aber, da ist unten offen, Daniel Links, Alter! Ruhe bitte! Kannst du hier rein, komm Philipp? Alter Wollen wir das abgehen? Oh Gott, verbandet Okay, okay, aber ich... Aber, Alter, geh ich mehr an Schön Aber, Alter, Fabian! Der hat aufgenommen! Der hat aufgenommen! Guck euch dieses Timing an einmal an! Ja! Der hast doch so... Oh, Alter! Ich wollte den grad granadieren Nice Granate! Aber Jan denkt sich wieder JET Alle sterben! Baku denkt sich Ja, Style-Punkte nehme ich mit Wieso Style-Punkte? Ja, Granate! Ich wollte das safe spielen Ich hätte ihn auch pushen können Aber er hätte vielleicht drauf gehen können Dann wäre Jan danach vielleicht auch draufgeklangen Und schon wär's ein 2 gegen 1 gewesen Was fand ich? Ich drauf! Oh, okay, oh! Der ist am hacken Der weiß, wo der Gegner ist, Baku Ja! Ich hab schon vor 20 Punkte Er wollte damit sagen, er hat keine Leiter dabei Aber... Ich sag jetzt mal nicht, dass ich 1-2 habe Ich bin mit allen 1-2 1-2 1-2 Du könntest die Leiter vielleicht mal nutzen Um auf seinen Flachwitzen ein bisschen rauszukommen Aber ich hab ja keinen! Ja, da geb ich dir beide! Ja, ja auch keine! Da geh ich zwar drauf, aber... Same spot again Ich hab übrigens gerade das erste Mal Last Christmas gehört Diesen Winter Was? Alter, ich hab das schon 8... Ich hab das schon 8... Ich hab das schon 8 Mal gehört Ich hab das schon 8 Mal gehört Zehn verschiedene Versionen Du f... Alter, ab... Abschaum Du bist ja nur Weihnachten-Lindis, Alter Ernsthaft? Jungen... Nein, das war ein Joke Haben wir eine Mirror? Einen Rook oder so haben die, glaube ich Rook oder Doc Treffen wir in der Kamera raus Ja Da ist eine CapCarn Trap Vor der Neuen Brücke das window ein allebei weg zwei weg die haben alle weg alles kann man es ist kein allebei device mehr da und eine und beide bandit schadet weg vor der allerdings der wollte glaube ich parkour oder und oder jan holen mich bestimmt nicht genau das wochen da wurde der jan holen das bodo hat kein bock können darauf machen er liegt da habt ihr tritt nein der links hier warte ich fingen immer noch das liegt immer noch jetzt hockt er hier hier pink pink c4 c4 auf hier im hallway bei mir rechts ich habe doch gar nicht hat die tür versucht aufzumachen wasser bei dir die erfahrung zu planen ist quasi auf dem ich muss ich muss da rein tut also kann hinter dir kommen ja weil ich habe extra die tür abgeahmen zur anderen seite war ich davon ausgegangen mir das wieder eine rauspusht und ja ich muss sagen wo das ziviert ist dann auch rausgepusht ich hab komplett gefettfingert ich hab ihn trotzdem mal 50 Meter angestellt ich wusste nicht dass er so raus rein jolo dann hatte ich Angst dich abzuknallen dann no offense ich hab auch kurz ich hab aber auch kurz gedacht dass Paco Jan weggeknallt hat ich auch wo Jan wieder wo Jan wieder aufgestanden ist hab ich gedacht so alles klar jetzt ist es jetzt bin halt nie aufgestanden ich hab einfach den Plan durchgezogen weil ich genau das nicht passieren aber du bist aufgestanden bei mir ja weil ich gestorben bin also deswegen hab ich mir schlecht gedacht haben wir so hochgeschnellt so ja ich bin tot bist ja noch rausgerissen dafür haben wir dich eingekauft alter für die Situation wurdest du geboren alter für INSS aber was ist das denn für ein LSD-Tunnel alter guck mal meine Tonne what the fuck unten wo sie haben die also ich könnte meine Twitch-Turne übrigens ja passiert mal es könnte gut sein dass die Mozzie haben der war gerade noch oben ja Junge der verfolgt mich alter der ist auf der ersten F wenn du mal aufwürst äh Wittelspawnpick bei diesem komischen Fenster hier nach Norden ja ich lebe noch ja ich lebe noch sie hat reload war angesagt ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß aber ich hab ja Mist eigentlich äh ich würde oben reingehen genau so hat er mich auch geholt deswegen ich bin halt hinter der Wand hä war das ein Headshot oder das hab ich mal gesehen Mosey ist direkt im Eingang ja Kavera geht Office rein kann mich einer halten von hier rechts 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 hab ich schön Kavera ist noch hier Kavera ist noch hier Kavera hab ich ok ok Einer ist in dem Tunnel Mosey ist in dem Tunnel äh was soll der Tunnel in den hallway wo Kavera kommt äh da habt ihr noch Drohnen Drohnen daraus oder so vor allem lasst uns vielleicht Drohnen zurück damit wir euch von hinten haben oder so hab keine mehr würdet ihr den Headshot machen? ich hab nix ne ich stell mal ne Kamera auf die der Witcher war unten eben in Lockers in Lockers der war so dumm ja ich geh da ich bleib da mal drin da ist noch einer close bei dem wo von oben einer ist von oben du spielst den einen unten kann ich droppen? ich glaub nicht wir haben 45 pass auf du könntet auf A droppen ja drop mal A drop mal A lass mal die Drohnen stehen bitte für mich irgendwie so kann ich nicht viel erzählen so kann ich nicht viel erzählen ich glaub einer ist auf den North stairs ah Brücke oben einer North stairs naja machst du nix ich wollt zu dir kommen ja warum fragst du kann ich droppen Fabian drohnt der Zeit und du verpieselst dich schon wieder dann da woanders hin also ihr müsst euch da irgendwie weil der Call war dass der andere oben ist deswegen bin ich über die Stairs gegangen und der andere war ja unsight ja wie du sagst kann ich droppen und Fabian hat das dann ausgedrohnt dann warst du schon wieder anders das war ja ja richtig ich glaub der Plant of A wär easy gewesen ja da war ja nix uns vor ich war halt gespottet wieder umgekehrt ja und das und es war auch so ein bisschen neblig und kalt alles ist ein bisschen nebel gehüllt hat ein bisschen geschneit also so schnee einfach viel zu ungeduldig weil dann immer alles nix passiert ja entschuldigung ich sterb nächstes mal eher ist kein Problem was für nix what the fuck immer so ungeduldig rein da ich werde wahrscheinlich den Breacher fallen lassen müssen relativ früh der Norden fällt nie ist aber der Süden scheiße oooohhhhhh weee oh du es ist gerade in Zulu ist es gerade 18 Uhr 26 fucking Zulu ach kacke ey Zulu Q wo bist du denn nein hier ist hier Zulu in Zulu in Zulu 2 Dorn nö das stimmt ja nicht Null Null das wäre mal ein geiles Feature wenn die Zeit hier der richtigen Sette beinstimmen würde ok übertreib halt warte ich will nur ein bisschen baiten hier wir haben Hibana fast dead low ist fast dead low ist fast dead low ist sie auch rausgegangen sollte man ein Pokéball werfen nein Pokéball schade geht für den Breach vorne in der Brücke habe ich alter der ist immer so schlecht liegt am Namen war gerade da ja oh ja ist das sexy mit Kite auch noch aua Leute schreibt bitte nicht alter jetzt haben wir das set wir waren das set immer noch einer davor die haben eine Kali haben noch Kali Kali irgendwo da von Breaches ist die Kali oh pfff alter war das die Kali von unten nach oben bei mir ruhe ruhe bitte willst du den joiken ist der Breach auf ne ich bei bei Jan oh ich hab den so gejoen und er so offplayt meine Claymore alter guck's dir an alter was ist das denn ficken die Leute man da verrückt ja zu wild ist das weil das wegen dem Skin ja wegen dem Skin liegt an dem Skin natürlich aber wir wissen ja alle Skins sind gleichbedeutend mit Skin deswegen hab ich keine Skins deswegen hab ich keine Skins ja wir brauchen Hard Rover kann ich wohl machen ok uiuiuiuiui ok kamerapixel war das random nein kkkkk Ich brauche mal ein paar Freaks. Sonst habe ich so eine Daniel fast schon mehr keltet sich. Das kann ich eigentlich auf mich sitzen lassen. Oh ja. Kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Ich fronte so viel wie 1944. Ah ja. Ich habe so viel front wie 1945. Wie Bürosklatt 1945. Ah ja. Ich war Schweizer. Hast du mal die Menge an Fronten gesehen? Hast du mal die Menge an Fronten gesehen? Hast du mal die Menge an Fronten gesehen? Wie überall. Ich habe eine Drohne. Hm. Gas Gas Gas. I'm gonna step on the gas tonight and fly. Haben wir Jekyll gebannt? Ah ja. Ja haben wir oder? Ne wir haben Monty gebannt. Ne wir haben Monty gebannt. Haben die Jekyll gebannt? Nein ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ne ich glaube nicht. Ja ich glaube wohl. Ja ich glaube wohl. Alter mein Kopf. Joa. Können wir ein Push werden. Ansonsten ist derämlich. Ok ist derämlich. Die sind noch draußen. Yon Ping. Aber warum? Loll. 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 Da war eh useless. Anna hat hier die Tür aufgemacht. Aber ich habe das. Hier hat Anna Fenster aufgemacht. Diffuser boys. Diffuser bei mir. Oh nice. Irgendwo gedroppt irgendwo. Einer ist noch oben. Alter what? Oben ist safe nur einer. Setto. Eier ist bei mir. Eier an meinem Fenster. Eier ja. Setto. Bei mir ist Kali durch. Hat Hits. Null. Ich steh hinter der fucking Wand. Könnt ihr nicht alle rü- also doch. Ruhe. Die Traaktion. Ok. Eier. Die sind alle auf die Filz geiern. Yoga. Was soll ich denn machen wenn ich hier stehe? Kann ich doch versuchen einen zu holen oder? Ich geh von Jan. Meine Fresse. Ich hab von Jan geredet. Ich war hier extra in der sicheren Position und er rennte einfach raus. Jan. Was erwartet? Genau das meine ich. Kannst vom Glück sein, dass der Thatcher nachgeladen hat. Sonst hätte ich nicht safe gehabt. Null. Keine 15 Fraks. Ich hab 10. Sorry. Mehr Fraks als Daniel. Ja. Wie soll ich auch Fraks machen? Kann man nicht. Du darfst nicht so defensiv spielen. Ah ja.